Hallo und recht herzlich willkommen. Liebe Witcher 3 Freunde, mein Name ist Sirius, wer hätte das jetzt gedacht? Und nun geht's weiter, hoffentlich mit schönen Zähnen. Von und mit Trismerigold. Hallo Sprit, hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache Sprit, keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte, ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Hm, ich hole sie. Was sonst? Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns zu holen. Der Idiot hat dich gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen nichts. Aber er war kitzelig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falte ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. So sollte das hier nicht laufen, sag ich euch. Sollen wir den Typ ein bisschen ausplündern oder was? Wer sonst für nichts gut ist, dann nehmen wir ihm noch ein paar Sachen weg, oder? So. So, mach schon. Ich drücke die Taste. Ich drücke die Taste. Jetzt hat er es gemacht. Dankeschön. Bon. Gerald hat sich erst mal in den Kopf gestoßen, natürlich. Ich weiß, ob hier nicht irgendwo total geile Sachen ist. Ah, guck mal, es ist das schön. Wow. Jetzt gerade hier ist, warum die überhaupt nichts angemacht hat. Und ich habe gedacht, die macht uns nur ein bisschen Licht. Ein Monsterohr, okay. Ach, schade, wie schön das aussah. Mach wieder Feuer an. Komm, Triss. Zähl dich nicht. Mach ein bisschen Feuer für uns. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ein Hebel an der Wand, der die Geheimpassage öffnet. Okay. Ich sehe schon. Freie Stadt, Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmu und so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovits Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht Dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen ein Elendsviertel. Aber die Zweite. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. Ein Verfolgungswahn scheint er auch zu leiten. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Na, danke. So, dann wollen wir mal gucken. Für die gute Triss machen wir doch alles. Ja, fast alles. Ihr wisst schon. Okay. Zumindest sind ein paar Gegenstände hier schon mal aufgetaucht. Das war nicht das, was wir suchen. Oder? Da wird noch was angezeigt. In rot gerade habt ihr das gesehen? Da vorne. Aha. Das sieht gut aus. So. Sehr schön. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was wir aufnehmen, plündern können oder so? Im Moment halt glaube ich nicht. Schwimmen wir zurück zu Triss? Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootsmaler. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist dein Schatz. Natürlich bin ich da. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. Sechs Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht seniert. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Was dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen? Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich habe doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Warum erst Morden kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Hm. Er weiß, dass du eine Zauberin bist, oder was? Triss, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Wollen wir uns das Geld im Voraus geben lassen? Oder die Hälfte zum Beispiel? Du als Kaufmann weißt, wie man Geschäfte macht. Natürlich. Ehrlicher Lohn für ehrliche Arbeit. Die Hälfte im Voraus, die Hälfte danach. Du verlangst recht viel. Ich bin ein Hexer. Ich hab genügend Leute getroffen, die vorher das eine und hinterher das andere behaupteten. Hm, also schön. Die erste Rate. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Toll. Wir jagen Ratten. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich geh einfach mit. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Hm. Das ist, äh, hier sind keine Ratten. Das ist, dass ich zwar Manticor-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Hier sind gar keine Ratten. Wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten. Und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber. Und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich hab gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Da haben wir doch schon Rattenscheiße gefunden. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber... Ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss. Er ist Händler. Er lebt vom Falschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Hm, hoffentlich ist das mit ich mal ne Falle hier irgendwie. Das ist der nächste Code. Können wir hier noch irgendwas aufnehmen vorher oder so? Ne. Legen wir mal die dritte Falle. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Das war's. Nun, jetzt warten wir, bis Sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt. Wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du, Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß. Aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Sollen wir nett zu ihr sein? Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's Yen? Ja, das wissen wir nicht so wirklich genau, würde ich sagen. Das weiß ich noch nicht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich hab die Antwort schon bekommen. Nein. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten? Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Geralt. Wenn du meinst. Gut, wir haben's besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorg dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Willst du was aufs Paul? Auf ihn! Von deinem Seiten! Könntest du mal ein Schwert nehmen, Geralt? Wie wär das? Warum hat er jetzt eine Silber-Schwert genommen? Nee, jetzt hat er das richtige Schwert. aus? Hey, du hast du så Mike-ee! Oder wie wär das? Noch einer der da? Wir holen uns auf jeden Fall unsere Kohle wieder von den Wichsern. Würde ich ganz einfach mal vorschlagen, oder? So, los geht's. Ähm, Schwerter weg. Nun? Nun, gehen wir mal hinaus. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt, oder das Warenlager, wenn ich's ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. G-G-G-Gut. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Hm. Schon gut. Ich helfe immer gerne. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich hab ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Ich hab ja wirklich einladend ausgesehen jetzt hier bei unserem Abschied, oder? Oh, wie viele Erfahrungspunkte? 200. Wir könnten eigentlich auch mal wieder ein bisschen aufleveln. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich hab ja ein paar Punkte gesammelt, ein paar Stufen aufgestiegen. Also ein paar Punkte müssten eigentlich da sein. Ey, Scheiterhaufen in Novigrad. Erfolgreich abgeschlossen. Und die neue Quest beginnt mit den träumenden Novigrad. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius. Und jetzt finden wir die Träumerin in dem alten Haus, vermutlich. Und wir haben eine leere Flotte. Ich sollte diesen ganzen Scheiß gar nicht mitnehmen. Das ist irgendwie diesen ganzen Huren-Söhnen, die hier so rumstehen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ja, du stirbst, ich sterbe. Triss Merigold ist nicht mehr bei uns. Irgendwo hier außenrum geht's hoch, oder was? Ne. Das Navi hat mich ein bisschen fehlgeleitet. So, wollen wir das heute noch machen? Soll ich noch reingehen? Ja, sind wir schon drin. Hm, was machst du dann hier, wenn du hier so ein reicher Typ... Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Okay. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Könnten auch Nutten sein. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Okay, meine Freunde. Wir sind schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. So, dann gehen wir mal hinein. Das hört sich so Stühle rücken, Gekichere und Kot auf. Naja, das wollen wir jetzt mal gar nichts zu sagen. Wie es weitergeht, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge vom Hexer erleben. Ich sage danke, dass ihr immer noch dabei seid. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne Daumen hoch. Oder könnt auch gerne mal Hallo Sirius schreiben, was immer euch beliebt. Bis zum nächsten Mal und haut rein.